Sorry, verschwindet hier gleich aus meinem Sichtfeld. Gehe ich mal stark von aus. Statt ihn zurückzurufen, werde ich jetzt mal einen Sitz einbauen. SITZ! Gucken wir mal, ob das jetzt geklappt hat. Also, abgesehen davon, dass ja immer alle glauben, dass ich ihn nur absetze und dann abrufe. Ah, guck, was macht er da denn? Sitzen wie ein Weltmeister. Supergroßer.